Musik Moin Freunde Willkommen zu einem weiteren Video Heute spiele ich mit Dudeman MC aka Niklas Dinos Hot Challenge Also wir dürfen den Gegner nur mit der Hand schlagen Wenn es euch gefällt lasst gerne eine positive Bewertung Da und abonniert den Kanal und jetzt viel Spaß mit dem Video Warte ich habe noch Schneebälle für dich Achtung hier kommen welche Warte kurz Bist du tot? Nein ich lebe noch Abgehen Nein es kommt doch nicht abgehen Ich muss waterfight gehen Komm runter Niklas Komm hier runter ins Wasser und spring hier runter Nein 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 Okay Tot Oh Leute du bist da Warte ich lasse hier Wasser runter Ich glaube ich will den schnellen Wasser Ja war's Ne ich habe einen Endeffekt Was ist seine Mission? Niklas ich habe ihn Oh 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 du hast gewonnen Du hast gewonnen Ich habe ihn Ja Ja Oh mein Gott alter bester Spieler hier unten Einfach angegrunden Es war nur ein Killer aber trotzdem Oha einfach nach einer Viertelstunde den ersten Runden Da brauche ich manchmal, wenn ich mit Waffen spiele, mehr Zeit. Ich brauche dann natürlich immer mehr Zeit, weil ich eigentlich nie, wenn ich immer eine Runde Mitleid finde, ist. Eine Schweigeminute. Das ging jetzt eigentlich voll schnell. Verhältnismäßig. Eine halbe Stunde ist, glaube ich, nicht so schlecht. Eine Viertelstunde war es. Hab einen? Nein, Niklas hätte es euch nicht geboostet, hätte ich mir die Schneebellen getroffen. Egal. Ja, ich wollte ihn nicht boosten. Hier, Niklas Schneebellen. Ah, ja. Ich hätte niemals gedacht, dass ich so viel noch wegkomme. Warte mal, warte mal. Ah, nee, nee, nee. Das ist jetzt... Wobei... Schaffen wir die? Hast du den? Ja, hab ich. Soll ich mich auf den Ring tippen und ihn überrascht? Hast du ihn? Hab ihn noch? Ja. Oha, drei Kills. Er hat sich gesaved, Niklas. Ahahaha. Ich mach halt keinen Schaden. Das war das Problem. Oh, lol. Hä? Als ob der es nicht ins Wasser geschafft hat. Du hast ihn noch geschafft. Ja, ja. Hab ich gesehen. Als ob der Typ es nicht ins... Als ob der Typ es nicht ins Wasser... Oha, Mitte ist anlooted. Das ist eins gegen eins. Okay. Ja, ist es. Nein, er hat mir mein Lava weggenommen. Oh! Ich hatte keine Schneewelle mehr, sonst könnte ich ihn am Rad runterhitten. Sein Angel ist kaputt. Sein Angel ist kaputt. Sein Angel. Outplayed! Nein, äh... Ja! Outplayed! Sowas von Outplayed! W-w-was? Vier Kills und sowas von Outplayed! Sowas von Outplayed! Was ist seine Mission? Niklas, kommst du bitte her? Bin da. Nice. Weil wir haben hier einen. Der möchte vielleicht ein bisschen Stress haben. Hat er bekommen. Achtung, hier ist einer. Der hat Sense. Okay, der. Beste Enderperle des Lebens. Tot, ich bin tot. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Ich sag dir, wenn von hinten einer kommt. Ja, nee, das war's mit mir. Oha! Water, place water, 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 water. Da hättest du water. Ja, schade. Eins, let's go, Kripe. Der Kripe-Hype. Einfach Kripe-Hype. Ah, der eine hat auch den Fehler gemacht wie ich. Er hat auch Enderman genommen auf der Map. Dicke, mein Schneeball-Aim ist aber auch am Start. Aber ich hab einen. Nee, ich muss mich langsam... Oha! Jo, bin safe. Komm schon, Nico. Wir schwitzen jetzt richtig rein. Nico? Ja? Wir schwitzen jetzt richtig rein. Ich leb noch. Bin aber abgeklemmt und ich hab nur noch 10 Sekunden voll Resistenz. Wobei, ich bin doch noch nicht abgeklemmt. Ich bin jetzt einfach eine Legende. Oh shit, hier drüben ist Kabel. Arg viele Blöcke hab ich auch nicht mehr. Aber ich kann mir welche abbauen. Ich kann mir Wasser holen, ich kann mir Wasser holen. Ich will, um zu kämpfen, um zu kämpfen, um zu kämpfen, um zu kämpfen. Sprache Bubble. Nein, ich bin dumm. Ich hab ihn dahin geboostet. Niklas, ich hab einen Ehrenmann gefunden. Er hat mir die Win gegönnt. Weil er wusste, er hat mir gesehen, dass ich eine No-Soul-Challenge mach. Achtung. Hey Leute, ich bin ein Spammer. Und deswegen spame ich jetzt. Hab einen Kill. Machst du, machst du, machst du, schnell. Nice. Nein. Starf, Niklas. Das war's mit dem heutigen Video. Wenn's euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Haut rein bis zum nächsten Mal und tschüss. Wir provere uns luego. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020